Hallo und herzlich Willkommen zu meinem heutigen Let's Play und zwar zu dem Spiel Blackwood Crossing. Mir wurde das herzlichst empfohlen mit Taschentüchern, komischerweise. Da bin ich mal drauf gespannt und ohne lange zu reden würde ich sagen, wir fangen einfach mal an und zwar ein neues Spiel. Dann geht es mal los. Also es soll ein sehr atmosphärisches Spiel sein, ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nicht gespielt oder weiß auch nicht viel über das Spiel. Ich weiß nur, dass es wahnsinnig traurig sein soll, dass viele gestandene Kerle geheult haben. Bin mal gespannt. Blackwood Crossing Ok, wir sind ein Mädchen oder eine junge Frau. Scarlett? Scarlett? Are you there? Lass mal umschauen, ob hier irgendwas ist. Kann ich irgendwas machen? Nein. Help! Finn ruft uns. Ah. Ich bin mir, ich bin. Bist du mich hören? Scarlett? Süß. Hab ich eingepackt. Ich komme. Ja, ja, ich komme. Ich will erstmal hier alles, a la Skyrim, mal mitgehen lassen. Das Inventar vollstoffen. Ja. Scarlett, es bin ich Finn. Hilf mir Scarlett. Der sieht so gruselig aus. Der sieht aus wie der Hase aus. Donnie Darko, ey. Wie nervt er mich jetzt schon, dieser Finn? Ist er hier? Are you in there? There you are. The door's the... Get out of there. Okay, Finn, you're trying to have it. You'll get us both in trouble. Want to play Simon Says? Simon Says, pee yourself. Shut up. Come on. Simon Says, follow me. Finn, don't run off. Why can't you just sit still? You better not have been messing with people's stuff. Schöne Geldbörse, aber auch nicht. Ist das für eine Zeitung? Okay. Den Block kann ich auch nicht nehmen. Dann gehen wir mal hinterher. Interagieren. Schönes Wort. Warum nicht einfach... Scarlett, you're supposed to be playing. You'll upset the other passengers. Das ist ein Kanal, man. There's no one else here. Simon Says, look up. Simon Says, look down. Nice shoes. Find ich auch. Finn, where are you? Simon Says, open the window. Welches? Hm, das hier. Simon Says, open the window. Ist doch schon offen. Now you're getting it. Simon Says, pick up the pen. Den Kugelschreiber. Das ist aber kein Kugelschreiber, das ist ein Marker. Simon Says, pick it up. Thief! Oh, enough already. Simon Says, go to the... No, the other door. Ja, ja. Oh. Open it. Ha! I didn't say Simon Says. Was sind wir? Sarkastisch, herrlich sanft. Ich bin sarkastisch. Aha, very funny. Simon Says, open the door. Seine Stimme. Simon Says, keep going. Ist irgendwie ganz nah, aber man sieht ihn nicht. Aber schöne Details. Wait, don't look right. Alter. Hab ich mich erschreckt? Finn? Is that you? Ey, das sieht aus wie bei Donnie Darko. Who are you? Simon Says, wake up. Alter. Nee, 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 nee. Oh. Katastrophe. Also war es nur ein Traum. Puh. Finn? Das hat euch doch eingestellt. Come. Okay. Wo hin? Dann kann ich nicht hin. Höh! Alter. Ja. Was sieht der gruselig aus? Der Schatten. Hallo? Warte, komm zurück! Okay. Scarlet! Finn! Hilf mir! Hilf mir! Irgendwie in den dunklen Wasser? Kommt ich da rein? Ich komme! Bitte! Halt auf! Richtig! Was ist das? Ich kann nicht! Halt auf! Geh weg! Ich bin nicht getötet! Habe ich ihn jetzt getötet? Habe ich ernsthaft ein Game Over-Screen bei einem Walking Simulator? Nein. Finn! 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 Woher bist du? Okay. Ich kann hier immer noch nicht langen. Hier war doch vorher noch ein Klo. Da. Was sind das für gruselige Menschen? Wenn so dein Opa auszieht? Wenn so dein Opa auszieht? Was ist denn das für gruselig? Er ist genau so. Wo ist das für gruselige? Was? Wasn't der Opa ausgedr Bouge. Was ist das für gruselige? etwas. Okay. Ey, das ist... ...so ne gruselige Stimmung auch mit der Musik... ...Sweetheart, du wirst deine Kopf vergessen, wenn es nicht aufgelistet wurde. Oh, sie haben gewechselt. Ah, ich muss die in der richtigen Reihenfolge abspielen. Okay. Wursteln. Schönes Wort. Okay, ist das gleich. Finn. So heißt doch, der Junge ist scheinbar ihr Bruder. Höh. What a Freakshow. Oh ja, aber sowas von. Okay, da ist wieder dieser Hasenjunge, der jetzt so gruselig ist. Eine Frau mit einer Löwenmaske. Dahin ist noch ein Löwe. Und hier ist ein Junge mit einer Schweinsmaske. Ich weiß sie. Du weißt, wer sie ist? Nein, nicht ganz. Steve? Sind Sie da? Steve? 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 Steve war Dads Name. Steve? Steve? Wir sahen ihn vorher. Wo ist das? Sue? Didn't you see him? Er war... ...geräum. I've got my eye on you, rabbit boy. Ja? Dann ist der... Ich kenne ihn auch. Der hat die gleiche Maske? Der fängt mal als... ...männlicher Löwe. Ich bin hier, Annabelle. Annabelle? Ich denke, es sind Mom und Dad. Wirklich? Ich denke so. Ich fühle mich, wie ich durch das Schaumschlaß gehe. Wieso haben sie dann gesagt, sie kennen sie aber dann doch nicht? Okay. Ist das Mrs. Lindhurst? In eine Maske? Sieht so aus. Das ist ihr Gesicht. Sie wissen es gut. Ich bin sicher. Ich hätte wissen, dass du woher warst, du warst nicht gut. Das ist Cam. Warum hat er eine Karte auf dem Kopf? Und warum tanzt er mit unserem alten Primal-School-Teacher? Ben? Wenn er aufentwickelt ist Gott. Nein. Nein? Nein. Nein oh nein! Diesen habe ich zum Schluss an eh... Ich weiß nicht... Ist jetzt hier noch etwas verändert? Weil irgendwie die Eltern sind jetzt weg. Die anderen haben sich nur hingesetzt. Ein Mobber. Ah, das passt zu... hier. Wenn du war, du warst nicht gut. Oder? Passt das nicht? Oh, give her off! Miss! Got it. Ja. The girl burns bright. Do you know her? Which girl? Ah, die sind jetzt hier. Okay. Dann sind unsere Eltern auch da irgendwo. Da freut er sich. Ich hasse Moppa so dermaßen. Finn, hast du das alles gesehen? Ich kann es sehen. Das ist sehr beherrschuldig. Es ist. Es sind sie. Wie wissen Sie? Ich träume über sie manchmal. Aber nie so. Oh, die haben ihre Eltern nie kennengelernt. Wo sind wir? Und warum fühle ich, dass wir etwas vergessen haben? Oh, ich glaube, die sind tot. Was will Rabitboy mit Cam? Rabitboy. Also doch ein Junge. Es ist nicht viel Zeit. Die Mädchen. Die Mädchen ist die Licht. Ich habe genug Mädchenprobleme. Geh und beobacht jemand anderes. Also, sie ist so detailliert, gruselig, die Maske. Kommen wir jetzt raus? Da ist er. Hö? Sind das nicht viel? Ah, doch. Ich habe sanft genommen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich jetzt schon traurig. Ach so, das Spiel, die Atmosphäre ist, es ist krass. Ich will mir natürlich alles irgendwie genau anschauen, aber... Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Komm schon. Verhörst dich lallygaggern und weiter. Lallygaggern. Was habe ich gesagt? Wieso? Finn, wo hast du gehen? Du wirst sehen. Okay. Laub, 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 laub. Überall ist auch das Logo von ihm drauf. Hier dieses F für Finn. Überall sind Plakate mit seinen Initialen. Es geht immer irgendwie. Ich kann die Dinger untersuchen. Am Anfang gab es auch noch Plakate. Scheiße. Mist. Hätte ich ja schon untersuchen können. So, schauen wir mal. Oh, da steht er. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich den Jungen immer noch nervig. Wie machst du das? Ein Walkman. Krass. Geil. Oh, die alten Kopfhörer, ey. Mein Gott, sahen die scheiße aus. Aber so, oh. Nehm ich mit. Packen wir ein. Da ist er nochmal. Ja, das Gefühl hab ich auch. Wenn das ein Traum ist, dann muss ich weniger Käse essen. Man kann ein Lied zu wenig Käse essen. Oh. Oh. Was für den Eis? Das ist... ...different. Wait. Das ist es schon. Finn, nicht da ab. Finn, wir wissen, dass es sicher ist. Finn, ich muss dich zurückziehen, постав dich die Ladder und hochladen. Der Passwort. Ich mag das, Finn. Ich bin nicht mehr spielen. Nana, Scarlet weiß nicht die Passwort. Du denkst, dass du so clever bist, nicht wahr? Was ist das? Das ist das, wenn du schreitst. Ich kenne auch eine Scarlet. Ich finde die Namen mega cool. So. Jeder, der Scarlet heißt. Jeder, der Scarlet heißt. Aber. Super Soaker. Ah, hier ist noch eins. Eine Geheimsprache, aha. Milchkarnichter. Ich habe immer gefragt, warum hat Grandad diese alten Dinge gekauft. Hast du es hier gesehen? Finn? Es ist niemand, der den Tränen fahren. Komm schon. Die Kanister waren vom Opa? Ist das vielleicht irgendwie der Opas Garten oder so? Ich bin nicht schuldig. Es ist nur... Grandad's Greenhouse. Gewächshaus. Du solltest es wirklich sehen. Ich habe Grandad's Greenhouse gesehen, viele Mal. Gut mit dir. Nein! Ich komme! Ja, das ist... Ich weiß nicht. Ich will irgendwie nett sein. Aber auch sarkastisch finde ich toll als Antwort. Aber böse jetzt nicht unbedingt. Prinzessin Scarlet zu der Resilie. Das ist die ganze Geschichte. Jetzt, welche Ordnung gehen sie in? Welcher Reihenfolge? Okay, also wir haben einmal die beiden mit einem Drachen im Hintergrund. Sie bekämpfen den Drachen. Sie bekämpft den Drachen und köpft ihn. Und er bekämpft den Drachen. Schauen wir mal. War das hier? Ja. Oh! Äh, äh, äh... Ich sag eben... Everbear! Everbear... Wobber! Bluback! Und... Fubber! Fubber! No, that's not it! Nein! Dann... Right! You listening? As ever! Dann sage ich... Bluback! Fubber! 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 Everbear! Du erinnerst! Ha! Klettern wir mal hoch. Schauen wir mal, was der Kleine zu sagen hat. Ich kann nicht glauben, dass ich das mache. Ja, so ist das. Scarlet and Finn's Treehouse. Das ist aber schön. Oh, das ist aber schön. Oh 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 oh. Sieht das schlimm aus. Also die Atmosphäre ist schön, aber die Texturen... Oh, das ist aber ein schönes Baumhaus. Schon wieder schlüsseln. Sch-sch-sch-sch-sch. Finally, I'd almost given up. Grandma says, come down and start your homework. I need you to help with the drawing. I'm off out with Cam. Cameron? You don't have to leave right away, though, do you? Ah. I said, you don't have to leave right away. You'll stay for a bit. Yes, of course. Also, man sieht Sachen aus der Vergangenheit. Und sie reagiert jetzt ganz anders wie in der Vergangenheit. Krass, okay. Oh. Do you want to go on the swing? Not right now. I'll push you. Let's do this first. I think there's something going on. Oh, God. My art trophy. Did you know Mum won the same prize when she was at school? Really? Yeah. She was really talented. Look at all this stuff. Are you ever going to finish that? Traurig. I don't know. It didn't quite come out right. Oh, shit. Oh, an alte Polaroid-Kamera. Oh, ein Kätzchen. Fergus, Scratchpost. Don't feed him. He's been naughty. Naughty, Fergus. Oh. Geschwister, so was Tolles. Do you remember your robot phase? It wasn't a phase. Robots are cool. Do you remember getting grandma with this? Her bridge pals were not impressed. Oh, Gott, ey. So, schauen wir mal weiter. Bevor ich mit ihm rede, kann ich hoch. Ja. Ich schaue mich mal um erst mal kurz. Und dann rede ich mit dem kleinen Finn. So, schauen wir mal. Oh, das ist eine schöne Idee. Das ist echt cool. Mit einem alten Plattenspieler. Mit einem Nudelsieb. Also, das ist echt genial. Auf die Idee muss man ja erst kommen. So, also hier ist nichts. Oh, eine Schere. Das ist ein schönes Baumhaus. So, dann gehen wir mal runter. Hier hätten sie noch Sachen. Oh. Ein kleiner Mobs. Eine Langebox. Oh, ich hasse diese Würfel. Ich bin zu blöd für die Dinger. Tamagotchi. Das ist echt cool. Voll der Nuskal-Di-Trip. So, bevor ich mit ihm rede, würde ich sagen, wir machen hier eine kurze Pause. Und es geht dann weiter in der nächsten Folge. Vielen Dank. Und ich freue mich dann auf, ja, bis zur nächsten Folge. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.